Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Führerstands-Mitfahrt hier durch den Magdeburger Wissenschaftshafen. Die Strecke ist nicht lang, die Lok ist alt, aber ja, die mal in Aktion zu sehen, allein das ist es doch wert, hierher zu kommen. Also wenn ihr Lust habt, bleibt dran, es geht hier gleich einmal durch den Wissenschaftshafen. Musik 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 Musik